Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Doma Gottschdufniakwa gegen KS Azotipula wie Kiels bester Torschütze Urheberrecht Getti Images im EHF Cup gewinnt der THW Kiel auch seine zweite Partie in Gruppe D. Gegen KS Azotipula wie aus Polen bringt eine starke zweite Halbzeit den Sieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017